Solange die Spurensicherung keinen Hinweis auf Fremdverschulden findet, muss die Polizei von einem Unfall ausgehen. Marc fährt doch nicht einfach so in den Graben. Ja, seltsam ist es schon, doch auch für die Beamten. Wie gesagt, ohne Beweise, dann werde ich ihm welche besorgen. Was hast du vor? Ich werde mich noch mal an der Unfallstelle umsehen. Meine Handynummer hast du ja, falls sich noch was ergibt. Ja, klar. Vielen Dank noch mal für Ihre Hilfe. Ist doch selbstverständlich. Tut mir leid, dass wir bei euch so plötzlich reingeplatzt sind. Ist schon okay. Obwohl, ihr hättet euch keinen ungünstigeren Moment aussuchen können. Caroline und ich waren gerade dabei, uns auszusprechen. Sie wollte mir endlich sagen, mit wem sie mich betrogen hat. Ach ja? Ich muss es einfach wissen, verstehst du Nina? Bis zum nächsten Mal.